Hähnchenzucht und Getreideäcker, soweit das Auge reicht. Das ist seine Definition von Lebensqualität und die will Landwirt Rolf Rolfs aus Bekeln nicht aufgeben. Auf seinen Rentenanspruch will der 72-Jährige, der seit mehr als 50 Jahren auf seinem Familienhof Syrstedt arbeitet, aber auch nicht verzichten. Sein Problem? Die Hofabgabeklausel im Altershilfegesetz für Landwirte. Für mich persönlich bedeutet sie, dass ich auf meine Einzahlung zu meiner Rente aus 40 Jahren verzichten muss. Das heißt, ich bekomme, solange ich den Hof nicht abgebe, verkaufe oder verpachte, keine Rente. Eingezahlt hat der Landwirt rund 40.000 Euro. Das, was uns also hier sehr stört, ist, dass ich sozusagen meine Beiträge zur Alterskasse völlig umsonst eingezahlt habe. Man nimmt mir dies weg. Man enteignet mich. Eingeführt wurde die Hofabgabeklausel 1957. Sie sollte dem Nachwuchs die schnelle Übernahme des Familienhofs ermöglichen. Das Problem bei Rolf Rolfs, seine beiden Söhne können den mehr als 500 Jahre alten Hof aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen nicht übernehmen. Und ein Fremde will der Landwirt seinen Hof aus Angst vor Verwirtschaftung nicht abgeben. Abgesehen davon müsste er sich dann wahrscheinlich einen neuen Wohnsitz suchen. Obwohl die Klausel für viele wie Rolfs als längst überholt gilt, stößt sie bei einigen Landwirten trotzdem auf Zustimmung. Also man sollte jungen Leuten die Chance geben, Entscheidungen zu fällen und auch die Konsequenzen damit daraus zu tragen. Und auch der Landwirt hat irgendwie auch das Recht darauf, in den Ruhestand zu treten und dann praktisch die Geschicke des Betriebes abzugeben. Er kann dann auch was tun auf dem Betrieb, wenn er möchte. Er kann auch an den Entscheidungen beteiligt werden. Aber die Verantwortung sollten eigentlich jüngere Leute haben. Doch genau darin liegt das Problem bei Landwirt Rolfs. Er müsste den Hof ganz abgeben. Nach Angaben des Landvolkverbandes ist diese Problematik im Landkreis Oldenburg aber kaum relevant. In dieser Region gibt es diese Landabgabeklausel sehr selten. Ich glaube unter 1%. Und deswegen ist das für uns als Landvolkverband nicht unbedingt ein Thema. Die möchte ich glatt widersprechen. Ich hatte also zahlreiche Zeitungsartikel, Interviews und da habe ich also so viel Zustimmung erhalten von den Landwirten hier, dass dieses also hier ganz einfach überhaupt gar nicht stimmen kann. Und deshalb hat der Landwirt gemeinsam mit einem Arbeitskreis Klage beim Bundessozialgericht gegen die Klausel eingereicht und fordert Bedingungslose Abschaffung und vor allen Dingen eine völlige Neuordnung des Sozialversicherungssystems in der Landwirtschaft. Das müsste man also wirklich auch deswegen machen, weil wenn die Höfe immer größer werden und nur noch zum Schluss Mammutbetriebe übrig sind, dann ist der Kahn schon an die Wand gefahren. Dann ist das Ganze überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Vor allen Dingen wird also der Steuerzahler dann also seine Zuschüsse nicht mehr zahlen wollen. Dass in den kommenden fünf Jahren eine Entscheidung zugunsten der Landwirte gefällt wird, ist unwahrscheinlich. Deswegen setzt Rolf Rolfs alle Hoffnungen in seinen sechsjährigen Enkel Alexander. Bis der den Hof übernehmen könnte, werden aber weitere 20 Jahre vergehen müssen, in denen Rolf Rolfs seinen Hof selbst bewirtschaften muss. Bis der den Hof übernehmen könnte, werden wir nicht mehr zahlen wollen.